Hallo Jungs bitte registrieren Sie sich, um die neuesten Informationen zu erhalten. Heute, am 4.05.2019, läuft der Spielfilm IceHedge 3 Die Dinosaurier sind los im Fernsehen. Wer den Film von Carlos Saldanha und Mike Turmeier auf gar keinen Fall verpassen möchte, der sollte pünktlich bei Fox einschalten. IceHedge 3 Die Dinosaurier sind los, läuft hier ab 20 Uhr und 15 Minuten. Für alle, die eher digital fernsehen. Die Mammuts Manny und Ellie erwarten ihr erstes Baby. Und während sich bei den beiden alles um den Nachwuchs dreht, fühlt sich Faultier Sid ausgeschlossen und will seine eigene Familie gründen. Er spürt drei mutterlose Eier auf Blödnummer, dass die Eier zu einer Tyrannosaurus Rex-Sahme gehören und die Brut ganz andere Fressgewohnheiten hat als Ersatz Mammars, Sid. Als wäre das nicht schon genug, spüren die übrig gebliebenen Dinos Sid auf und verschleppen ihn in eine unterirdische Welt, die von gigantischen Dinosauriern bevölkert wird. Doch die Eiszeitfreunde lassen ihren Faultierfreund nicht im Stich und machen sich auf die abenteuerliche Suche nach ihm.